Modern Horizons ist noch nicht vorbei. Modern Horizons 3 Bundle Gift Edition mit einem wunderschönen, wunderschönen Artwork. Gucken wir mal rein. Die Gift Bundle sind diese Woche rausgekommen. Ich nehme das Video ein bisschen im Voraus auf, es wird ein bisschen später kommen, es tut mir jetzt schon leid. Dennoch, vielen, vielen Dank an den lieben Tobias, der mir das hier zur Verfügung gestellt hat, dass ich das öffnen kann. Vielen, vielen Dank dafür. Tobias ist einer meiner Patreons und dementsprechend, wenn ihr mich unterstützen wollt, Patreon ist ein Weg dazu, mich zu unterstützen. Dort könnt ihr tatsächlich ab 3 Euro im Monat mich unterstützen und mir einen kleinen Obolus machen, geben, das hilft mir immens. Oder, ja, ihr könnt auch Video liken, abonnieren, wenn ihr euch das nicht leisten könnt oder wollt. Abonnieren, liken und so weiter. Das hilft auch immens. Dementsprechend, ja, vielen, vielen Dank an den lieben Tobi, dass ich das hier aufmachen darf. So, machen wir das mal auf. Ich habe einen Mülleimer unter mir liegen, das ist schon mal ganz groß. Ich bin vorbereitet. Ich mache beide Seiten auf. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die äußere Box auch aufmache. Aber aufmachen kann ich halt wirklich nicht. Ich bin da wirklich, wirklich zu dumm für. So, zap back. Und gucken wir uns das mal an. Ich liebe ja Gift-Editions. Normalerweise mache ich die Gift-Editions immer zu meinem Geburtstag auf. Dementsprechend kann es sein, dass es irgendwann demnächst nochmal ein Gift-Bundle-Opening gibt von Modern Horizons 3 an meinem Geburtstag. Aber das ist noch ein bisschen hin und der liebe Tobi möchte wahrscheinlich früher das Ding haben. Wir haben hier ein wunderschönes Artwork und dann hier nochmal die ganzen Side-Characters, sage ich mal. Also nicht Side-Characters, Side-Characters, sondern halt die Side-Licht. Dann haben wir hier eine glitzernde Box, die nicht so stark glitzert, wie ich gedacht hätte. Tatsächlich haben die anderen mehr glitzert. Hier ist schon ein bisschen das Interieur draufgegangen. Das werde ich mal außenweise nicht wegwerfen, weil ich nicht weiß, was der liebe Tobias wieder haben will. Und, oh mein Gott, was ist das für ein Würfel? Fokus. Guck dich das mal an, wie wunderschön dieser Würfel ist. Oh mein Gott. Oh Junge, das ist hübsch. Der ist wirklich hübsch. Nice. Und wir haben hier eine Menge Stuff. Wir haben einmal zwei, vier, sechs, acht, neun Playbooster und ein Collector-Booster. Und dazu haben wir noch hier diese Full-Art-Sachen. Die mache ich mal gerade auf. Das dürfte nämlich nur Full-Art-Länder sein. Jawohl. Beziehungsweise hier sind auch noch Normale drin. Hä? Ich wusste gar nicht, dass es in dem Set Normale gibt. Das ist ein Reprint aus, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Set es ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Mein Autofokus spinnt heute so ein bisschen rum. Ja, mal gucken, was mein Autofokus dann später sagt. Ja, dann haben wir hier. Hier ist tatsächlich eine Promo drin. Die Promos auch in dem normalen Bundle mit drin. Gift-Bundle sind wirklich nur Playbooster und dieses eine Collector-Booster, was dann eben mehr ist. Da ist die Power-Balance drin. Sehr hübsche Karte. Und nochmal alles in Foil. Okay. Danke dafür. So. Beiseite. Ich drehe das mal um, damit meine Gesichtserkennung nicht die ganze Zeit unterwegs ist. Und wir hier was besser machen können. Wir fangen mit dem Playbooster an. Playbooster von Modern Horizons 3 sind tatsächlich ganz sweet. Und... Okay. Wo sind die her? Wo sind die her? Made in... USA. Hä? Das merkt man tatsächlich. Die sind so ein bisschen, ja, minder von der Qualität. Frog-Mereenforcer. Sehr gute Karte tatsächlich. Spiel ich aktuell im Legacy. Org-Draveler. Der wird auch immer mehr gespielt. Auch wirklich gute Karte. Und... Shrink-Drag. Und... Cosilex Command. Das ist schon mal gut. Cosilex Command ist, glaube ich, eine 6-8-Euro-Karte. Wirklich eine gute Karte. Und, äh, ja. Deswegen mag ich Bundles so sehr. Ich sag's immer wieder. Ich liebe Bundles. Ich mag Bundles auch zum Öffnen. Weil, so mit ein, zwei Hits hat man das Bundle relativ zügig wieder drin. Jetzt muss man dabei sagen, diese, diese, äh, Gift-Bundles sind ein bisschen schwieriger wieder reinzubekommen. Bin ich ehrlich. Ähm, der Raptor wird auch viel gespielt. Darf ich mir auch noch ein Playset holen? Der wird im Modern auch viel gespielt. Der Rush, Nesting Ground. Und... Guide of Souls. Der ist auch teuer geworden. Der wird nämlich in Kombination mit dem Raptor gespielt. Da. Das ist ein Deck. Äh, Boros. Äh, Energy im Modern, tatsächlich. Planes. Und hier so ein Monk. Und... Mehr, mehr sah ich dazu nicht, oder? Na, Fokus. Egal. Ihr habt's gesehen. Die Karte ist grob. Das sind zwei gute Rares gewesen, tatsächlich. Äh, dementsprechend schon nice. Gucken wir mal weiter. Special Guests wäre auch noch cool. Ich hab, glaub ich, noch bisher noch keinen einzigen Special Guest gezogen. Serum Visionary. Eldrasi Reposator. Der wird auch tatsächlich ein bisschen gespielt. Gravedick. Landscape. Vaxing Bubble. Auch nochmal hier, ich glaub drei, vier Euro. Sehr cool. Cozylix Unsealing. Eine Karte, die wirklich unterschätzt wird im, ähm... Affinity tatsächlich. Weil dieser siebte Teil hier unten ist wirklich stark. Meltdown. Eine Karte, die im Legacy ganz gut gespielt wird. Und... Renten Soul Trader. Eine Karte, die auch nicht so günstig ist. Die auch tatsächlich sehr viel Play sieht. Sehr, sehr cool. Bisher... Gute Playbooster. Ich weiß nicht, ob sie das Bundle bisher rausgehauen haben. Ihr wisst ja, es geht mir auch nicht nur um, äh... irgendwie Value von den Karten oder so. Sondern es geht auch so ein bisschen drum, Spaß damit zu haben. Und sowas wie die Evolution Witness zum Beispiel hier, die ist so stark. Kami Moulton Gatekeeper. Tune on the Narrative. Auch eine sehr gute Karte. Sneaky Snacker. Ich liebe den Namen Sneaky Snacker. Ich sag das jedes Mal. Rapt Tusker. Ein... Ein Slith. Ich wollte Stitch sagen, aber es ist ein Slith. Dann haben wir den Troll. Ist auch nicht schlecht. Bird Alive. Äh, hab ich jetzt schon mehrfach gesehen mit, äh... Phoenixes, äh, dass das auch tatsächlich angekommen ist im Modernen. Und... Ein Storm, der Frogs macht. Okay. Whatever. Okay, wir machen weiter. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Bisher gute Sachen dabei. Und halt auch Sachen, wo ich sage, das könnte das Booster soweit schon spaßig genug machen zum Öffnen. Und du Fang Angel. Eruption, die wird tatsächlich auch im Legacy gespielt. Barbarian Ring. Hab ich auch schon im Legacy gespielt, im Burn. Und... Psychic Frog. In Old Border. Der ist auch gut. Der wird auch viel gespielt. In Legacy, Modern und, äh... Ich hab ihn neulich auch im Commander gesehen. Das fand ich... Ambitioniert. Bisher. Ich bin sehr begeistert, was hier passiert. Ich bin absolut begeistert. Spike. Okay. Oh mein Gott, bist du hübsch. Expressive Iteration. Als Special Guest. Ich hab ein Special Guest gezogen. Ich hab ein Special... Mama, ich hab ein Special Guest gezogen. Nice. Sehr, sehr cool. Dann haben wir einen Ursas-Inkubator. Auch das eine coole Commander-Karte tatsächlich. Und ein Imskier, der auch als Artefakt-Deck nicht bad ist. Aber irgendwie... Irgendwie hat man noch nicht das Artefakt-Deck getroffen. Und ein Ripple, der undead. Oh mein Gott. Hier. Ein Playbooster. Insane. Die ist auch ziemlich cool. Insane, was hier passiert, oder? Ich find's insane. Also, die Booster geben einiges her. Ich hab irgendwie nicht mehr am Schirm gehabt, dass die Karten irgendwie in der Mitte sind. Die, äh... Special Guests. Die Namen hab ich gesucht. Entschuldigung, es hat grad gedauert. Uh, Prentice. Der wird auch viel gekauft, weil er echt nicht verkehrt ist. Dann... Haben wir Victimize. Und... Flair of Duplication. Ein Flair. Na, komm schon. Ich weiß nicht, warum grad... Ja, so. Ich weiß nicht, warum meine Kamera grad spinnt. Mein Setup ist eigentlich besser geworden, hab ich das Gefühl. Dann noch ein Solar Transformer. Ja. Zwei Playbooster noch. Und ein Collector-Booster. Ich brauch grad's ja ein Collector-Display. Collector-Display ist keins drin, nur ein Booster. So. Sliff. Shapeshifter. Brain Surge. Auch die wird im Legacy gespielt. Hab ich neulich auch mal gespielt. Ist ganz cool. Break of Creation und... Nee, das ist der Reprint. Und... Edrasi Linebreaker. Die Karte, die Eldrasi jetzt zu Tier 1 im Legacy gebracht hat. Starkes Deck. Ohne Reservedness spielbar. Kann ich nur empfehlen. Ich mach dazu jetzt noch ein zweites Deck-Take, weil das Deck so cool geworden ist. Dass das halt sich jetzt schon weiterentwickelt hat. Und meine Version schon wieder ein bisschen veraltet ist. Aber auch sehr geil. Also, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, könnt ihr die auch mal angucken. Das ist auch immer noch... Ich verwirklich auch so gut. Immer noch ein Blick wert, würde ich sagen. So. Slicer. Dann Toxic D-Large. Was ist das denn? Was? Wer war denn da betrunken an der Maschine? Ja, cool. Mit nem Miss-Off-Center. Und Wooded Fuddles. Ein Fettschland. Leider kein schwarzes. Ich weiß, dass der Mann sehr viel schwarz spielt. Deswegen freu ich mich über die Toxic D-Large. Wooded Fuddles. Falsches Fettschland. Aber ein Fettschland. Und Toxic D-Large. Das war ein guter Booster. Das war ein wirklich guter Booster. Ich bin begeistert. Also, Respekt. Das war bisher ein ganz gutes Bundle. Und jetzt haben wir noch unseren nummerierten Eldrasi vor uns. Wenn ich dieses Ding irgendwie aufkriege. Na, kommst du. Dankeschön. So, unser nummerierter Eldrasi ist die Nummer. Nix-Born-Hydra. Swing it. Auch sehr cool. Die Karte, die gebannt wurde, bevor sie rauskam. Übrigens, die ganzen Karten sind so schon krumm. Emissary. Hellkite. Na. Angel of Ruins. Der war mal rare. Mountain. Servant. Natalia in Old Border Foil mit irgendeinem komischen Ding. Crabble Nation. Die ist Crab. Dann haben wir ein The Undertaker in Sight. Weird. Disruptor Flute in Extended Border. Richtig coole Karte. Auch die wird immer mehr gespielt. Kann ich wirklich empfehlen. Ein Stormdrake in Full Art. Und... Oh mein Gott. Ich seh's. Ich seh's glitzern. Und ich seh's. Oh mein fucking Gott. Oh mein Gott. Bist du hübsch. Es ist ein Grief. Ja. Dementsprechend nicht so klingt. Aber... Seht ihr das? Der ist textured voll. Oh mein freaking Gott. Tobi. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja geil. Seht ihr das? Wie das hier so in nem... In nem... Alter. Junge. Und Voldaren Stormdrake. Und Undertaker. Und Disruptor Flute. Und... Das war ein... Geiles. 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 Gift Bundle. Oh mein Gott. Ich freu mich grad unendlich für dich. Oh mein Gott. Das war cool. Da waren richtig coole Sachen drin. Alle Leute sind Hype für Bloom Burrow. Ich häng hier und öffne Greaves. Und Toxic Dealers. Und Wodded Futals. Ich bin der alte Boomer. Der noch den alten Kram öffnet. Und irgendwie coolen Stuff damit hat. Und einfach Spaß damit hat. Und... Wow. Ich bin grad bisschen begeistert. Ich hoffe ihr auch. Lasst dem Tobi nen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Channel, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ja. Vielen, vielen Dank nochmal. Ihr könnt dem Tobi auch unten in den Kommentaren danken. Das war ja mal ein geiles Opening. Oh mein Gott. Quick and dirty. Ich hoffe ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Black Zaid. Ciao, ciao.